Ho, ho, ho ihr Lieben! Ja, ihr seht, ich habe mich passend zu meinem Türchen wieder mit meiner Nikolas-Mütze geschmückt. Das mache ich irgendwie jetzt immer. Also ich habe das, glaube ich, die letzten Jahre auch schon gemacht. Ich dachte, das ist Tradition, jetzt setze ich es hier wieder auf. Und zwar verstecke ich mich heute hinter dem Türchen von Beautiful in Advent. Also ich hoffe, ihr hattet schon ganz, ganz viel Spaß mit den ganzen anderen Türchen vor mir. Es waren halt schon einige und wir haben jetzt auch nur noch ein bisschen über eine Woche bis Weihnachten. Also langsam neigt es sich dem Ende zu. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe noch nicht wirklich viele Weihnachtsgeschenke, muss ich zugeben. Ich habe da ein bisschen... Ja, dieses Jahr bin ich ein bisschen spät dran. Aber ich habe für euch ganz tolle Geschenke, wenigstens das. Es gibt nämlich in meinem Türchen hier drei Preise zu gewinnen und ich freue mich tierisch. Ich habe ein paar ganz schöne Sachen bekommen. Ich habe ein paar ganz schöne Sachen selber zusammengesammelt und die in drei Päckchen verstaut. So, jetzt sage ich euch, was ihr für die drei Preise erstmal tun müsst, beziehungsweise fangen wir an mit dem ersten Preis. Und zwar ist der erste Preis der YouTube-Preis, also ein Kommentarpreis. Und da habe ich drei Fragen an euch, die ihr mir in den Kommentaren hier unter dem YouTube-Video beantworten sollt. Es sind drei Fragen, also zwei davon, da müsst ihr ein bisschen suchen. Also ihr müsst ein bisschen was dafür tun, damit es nicht ganz zu langweilig wird. Und da habe ich mir nämlich zwei Fragen ausgesucht, bei denen ihr ein bisschen suchen müsst. Und zwar geht es los mit Frage 1. Welchen Kleber habe ich in meinem Basteltutorial verwendet, wo ich weihnachtliche Teelichter gestalte? Also das Video nennt sich Sternenzauber Basteltutorial. Sucht da mal etwas weiter unten. Einen Tipp gebe ich euch, das Video ist schon ein bisschen länger her. Und findet mal raus, welchen Kleber ich dafür verwendet habe. Also die Marke von Kleber würde ich ganz gerne bei Frage 1 als Antwort haben. Dann Frage 2. Als was habe ich mich beim 1000-Abonnenten-Contest selbst verkleidet? Also ich habe vor zwei Jahren, ja ungefähr zwei Jahren, glaube ich müsste es jetzt her sein, habe ich einen 1000-Abonnenten-Contest gemacht, selber eben. Und habe mich aber auch etwas hergerichtet dafür. Und ihr sollt jetzt mal gucken, als was ich mich damals hergerichtet habe. Also guckt da auch mal in meiner Videoliste. Da dürft ihr halt ein bisschen suchen, habe ich mir gedacht. Und jetzt noch die dritte Frage. Da müsst ihr nicht suchen, da müsst ihr einfach mal überlegen. Und zwar würde ich ganz gerne wissen, welche Videowünsche ihr für 2013 an mich habt. Das ist einfach nur Interesse halber. Also einfach, was ihr für Videos ganz gerne von mir sehen wollt. Also was es euch am liebsten ist. Ja, wovon es mehr geben soll. Mir ist ja wichtig, dass euch meine Videos gefallen. Und deswegen würde ich auf eure Videowünsche eingehen. Deswegen wünsche ich mir jetzt einfach als dritte Frage eine Antwort auf das, was ihr ganz gerne nächstes Jahr mehr von mir sehen wollt. Oder allgemein mal von mir sehen wollt. Oder ähnliches. Also einfach eure Videowünsche an 2013 an mich. Also an meinen Channel. So, das waren die Fragen, die ihr hier unter das Video beantworten sollt. Und unter diesen Leuten, die hier unter das Video schreiben, lose ich dann eben eine Person aus, die das Päckchen 1 bekommt. Und das zeige ich euch jetzt. So, ihr Lieben, dann fangen wir an mit dem ersten Preis. Also dem Preis von meiner YouTube-Verlosung. Da haben wir zum einen, schon mal hier, seht ihr es vielleicht, eine große Palette mit lauter schönen, alltagstauglichen Farbtönen. So, dann geht's weiter mit diesem ganzen schönen Schätzen hier. Noch einmal in der Nahaufnahme. Das ist ein Nagellack aus der aktuellen Catrice. Dann haben wir hier noch einen Lippenstift in einem wunderschönen Pink. Einen goldigen Lidschatten. Dann dieses wunder, wunder, wunderschöne Blush. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Das ist so ein, das hat einen wahnsinnig tollen Schimmer. Ich hoffe, ihr seht das ein bisschen. Also ihr habt das bestimmt schon im Laden liegen sehen. Also das finde ich besonders schön. Dann einen Kajal. Das ist diese Farbe hier. Und auch eben, also das ist die Fantasia LE. Zwei Nagellacke. Also einmal diesen wunderschönen Lillernen. Das finde ich jetzt so einen tollen Schimmer. Und eben diesen Champagnerfarben. Den finde ich fast noch toller. Dann einen Lidschatten aus derselbigen LE. Dann haben wir noch zwei Pigmente von Essence. Einmal so einen Bronzeton. Und einmal einen silbernen Farbton. Dann hier eine kleine Besonderheit. Ein Überbleibsel von meinen M&Y-Produkten. Der war mal aus einer LE. Den habe ich mal aufgespart für euch. Und dachte mir, den tue ich jetzt auch mit rein. M&Y gibt es nicht mehr. Aber das ist eine ganz, ganz tolle Lidschattenfarbe. Dann einen Nail Art Special Effect Topper von Essence. In so einem ganz tollen, ich glaube, er nennt sich Mermaid. Seht ihr das? Also für das Silvester absoluten Traum. Dann total cool. Ich konnte wieder mal einen aufgabeln. Und ich finde die immer so genial von Florenz mit Spiegel dran. Das ist so ein Lipgloss, in dem ein Licht im Deckel ist. Also das ist total cool. Und zu guter Letzt noch ein kleines Special hier. Und zwar von Essence. Ein kleines Parfum. Und so sieht das Ganze dann im Gesamten aus. Ja, also das war dann eben das erste Päckchen, das ihr gewinnen könnt. Gleich geht es weiter zum zweiten, würde ich sagen, damit es nicht ganz so lange dauert. Ich bin eh so eine Quasseltante, ihr wisst ja. Ähm, also dann gibt es den zweiten Preis. Und zwar wird der auf Facebook verlost. Ähm, ich habe auch einen Facebook Channel, wie manche vielleicht wissen. Und ähm, ihr habt einfach die Aufgabe, sucht mich auf Facebook. Also beziehungsweise ich werde euch den Link unten in der Infobox verlinken, damit es nicht ganz so schwierig ist. Also guckt auf meine Infobox, da findet ihr meinen Facebook Channel. Oder ihr kennt mich schon auf Facebook, dann ist es ja noch einfacher. Dort werde ich nämlich ein Bild posten auf meiner, auf meiner Pinnwand. Das werdet ihr auf alle Fälle finden, weil da steht mich ganz groß auf dem Bild dann eben Verlosung oder irgendwas ähnliches. Also das könnt ihr bestimmt nicht immer sehen. Und unter dieses Fotos, unter dieses Bild, das ich eben auf meiner Pinnwand poste, sollt ihr dann die Frage beantworten, die ich auf dem Bildchen dann stelle. Also guckt da einfach auf meinen Facebook Channel und schaut mal, was das so gibt. Und was ihr dafür dann gewinnen könnt, seht ihr jetzt. So, weiter geht es mit dem Preis von meiner Facebook Verlosung. Und da habe ich wieder eine Palette, auch von Lenka Kosmetik. Habe ich das vorhin vergessen zu sagen? Das ist auch von Lenka Kosmetik. Die kann man sich selbst zusammenstellen. Ich habe jetzt einfach mal ein paar Farben für euch zusammengesucht. Und Lenka hat mir das glücklicherweise zur Verfügung gestellt. Also das sind wirklich ganz coole Farben. Ich versuche es euch mal zu zeigen. Also das sind eben so diese Farben in dieser Palette. Ich schaue mal, ob ihr die Farben einigermaßen erkennen könnt. Also hier von natürlichen Farbtönen, Brauntönen und hier noch eine Reihe mit Grün- und Lila-Tönen. Und das hier unten in der Ecke ist übrigens ein besonderer Schatz, wie ich finde. Das ist für mich ein richtiges Club-Tube. Ich glaube, man erkennt es gerade nicht wirklich gut, aber das ist auch so ein grün-lila-chonchierender Lidschatten. Also das ist echt eine ganz, ganz hübsche Palette, wie ich finde. Also der klingt mir auch wahnsinnig gut. Also die ist auf alle Fälle dabei. Also dieses schöne Schätzchen hier. Da sind eben zwölf selber zusammengestellte Farben drin. Dann wieder aus der Catrice LE dieser pinke Lidschatten und auch dieser pinke Lippenstift. Ich kann ihn auch in diesem Fall gerne mal zeigen. Das ist eben so ein richtiger Pinkton, wie ihr seht. Also ich finde den ganz cool. Also wenn euch die gefällt, also der ist auf alle Fälle auch drin. Dann aus der Catrice LE ein Mousse Blush in so einem schönen, ähm, soften Farbton. So sieht der aus. Finde ich auch sehr hübsch und auch neutral, also nicht zu knallig auf den Wangen. Dann haben wir einen Catrice Lidschatten, ebenfalls aus der LE. Der gefällt mir auch sehr, sehr gut für Silvester. Und auch in diesem Päckchen sind wieder zwei Dessert Nagellacke von Essence drin. Und vor allem, was ich besonders schön finde, den Highlighter aus der Phantasia LE. Den finde ich besonders toll. Der sieht echt wunderschön aus. Also das ist echt eine richtig coole Aufmachung auch. Und der ist eben auch in diesem Päckchen für euch drin. Dann geht's weiter. Ähm, wieder zwei, ähm, Pigmente von Essence. Zwei sehr schöne Farben, wie ich finde. Und, ähm, von ELF ein kleines Pigment. Hab ich auch drin. Das hab ich auch mal irgendwie gesammelt für euch. Und dachte mir, jetzt lege ich diesen auch mal dazu. Dann haben wir noch eine Multi-Action Black Mascara von Essence drin. Und in diesem Päckchen haben wir noch das Essence Like A New Love. Das kleine Parfüm. Ja, also das war dann eben der zweite Preis, den ich eben unter den ganzen Antworten auf meiner Facebook-Seite auslose. Und jetzt gibt's noch einen dritten Preis. Vielleicht wissen es manche ja, manche vielleicht auch nicht, dass ich auch nebenbei ein klein wenig blogge. Also manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Also bin ja hauptsächlich YouTuber, aber ich blogge auch sehr gerne. Und deswegen dachte ich mir auch für meine Blogger, Leser und ähnliches, wollte ich einfach, ähm, ja, auch was Kleines dabei haben. Und eben auch für euch, die vielleicht noch mal ein Leser werden wollen. Sie verlinkt auch meinen Blog auf alle Fälle auch in der Impfbox. Ich will es euch ja nicht total schwer machen. Und dann gibt's wahrscheinlich ziemlich ganz oben auf meinem Blog ebenfalls ein großes Bild, auf dem Wiederverlosung steht. Und dort steht auch wieder, was ihr dafür tun müsst. Und da müsst ihr dann eben mal einen Blog kommentieren. Also, was ihr dafür bekommt, dürft ihr jetzt sehen. So, und das hier ist der Preis für meine Blogger-Verlosung. Da fange ich einmal hier an. Das ist ein Set von Essence mit Produkten der Twilight LE. Das finde ich besonders cool. Da sind eben zwei Pigmente drin aus der Twilight LE, weil ich könnte sie einigermaßen erkennen. Also ich will sie jetzt nicht aufmachen. Aber das sind echt richtig schöne Pigmente. Und ein Lipgloss und den Eyeliner, der ist auch hier drin. Und zwar in diesem wunderschönen Täschchen, was ich total süß finde. Also das kriegt ihr auch. Also da ist eben hier so ein durchsichtiges, schönes Täschchen dabei. Dann bekommt ihr zwei Nagellacke von Essence. Einmal so einen roten. Der sieht jetzt gerade in der Kamera etwas orange aus. Der ist rot, nur so nebenbei. I'm so wary. Dann ist drin dieser wunderschöne türkisfarbenen Nagellack, den man auch wunderschön für Weihnachts- oder bisschen so Winter-Designs verwenden kann. So mit Schnee und so. Dann ein ganz toller Weihnachtslack hier von Kiko. Das ist die 232 und das ist so ein ganz toller Effekt-Topper. Also den liebe ich selber. Habe ich auch zu Hause. Ich finde den ganz toll. Dann haben wir aus der Phantasia E2 von diesen Lidschatten. Einmal diesen hier. Und einmal noch diesen hier. Und die sind auch drin. Dann eben Wasser von Tasia E2. Einen Lipgloss in seinem schönen Pink-Rosa-Ton, würde ich sagen. Dann meinen höchst geliebten Lipbalm, den ich wirklich abgöttisch liebe. Der ist echt genial. Den kann ich euch total ins Herz legen. Den mag ich richtig gerne. Dann hier noch ein grünes Quattro von Essence. Das gibt es inzwischen auch gar nicht mehr. Da liebe ich vor allem diesen Farbton, weil ich habe es selber zu Hause. Und ich finde das richtig schön. Das habe ich mir gedacht, lege ich euch auch dazu. Das nennt sich Rock Angel. Dann wollte ich euch noch ein paar Nagelsticker reinlegen, weil die finde ich sehr, sehr schön. Die gibt es bei Kiko. Sehr günstig. Also die mag ich richtig gerne. Und dann ist noch dieses Make-up von Catrice drin, wo ich sehr hoffe, dass euch die Farbe nicht zu dunkel ist. Und wenn, dann vielleicht könnt ihr es jemand anderen schenken. Aber das dachte ich mir, lege ich jetzt auch mal dazu. Ja, das ist dann eben der Preis für meine Bloggerverlosung. So, das waren jetzt die drei Preise. Und jetzt habt ihr die Möglichkeit, eben auf drei verschiedene Arten bei mir einen Preis zu gewinnen. Also ihr dürft gerne auch bei allen drei Sachen mitmachen. Also ihr müsst euch jetzt nicht um eins beschränken. Einziges, was mir wichtig ist, dass ihr keine Spam-Kommentare macht. Das heißt, dass ihr nicht mehr als zwei Kommentare hintereinander schreibt. Weil das finde ich immer ein bisschen unfair, wenn einer dann 50 Mal den gleichen Kommentar kopiert und postet. Das finde ich ein bisschen unfair. Deswegen wäre es mir ganz wichtig, also kommentiert öfters gerne auch mal jeden Tag mal reingucken. Okay, aber nicht mehr als zwei Kommentare hintereinander. Das war jetzt eine von den Regeln. Alle anderen Regeln findet ihr in der Infobox. Bitte unbedingt nachlesen. Also bitte klickt in die Infobox, schaut euch alles an. Da steht nochmal alles beschrieben. Und wie gesagt, haltet euch bitte an die ganzen Regeln und Teilnehmerbedingungen. Die sind echt wichtig. Also schaut da bitte rein. Lest mal nach. Und dann könnt ihr gerne mitmachen. Ich freue mich sehr. So, also das waren dann eben meine drei Päckchen für euch. Ich hoffe, sie gefallen. Und guckt auf alle Fälle auch noch bei den ganzen anderen Verlosungen vorbei, die jetzt schon gelaufen sind. Da gibt es noch einige, die noch laufen. Das heißt, ihr könnt noch mitmachen. Und es folgen jetzt eben auch noch einige andere. Also schaut auf alle Fälle noch öfters bei meinem beautifulen Adventskalender rein. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß damit. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Musik Untertitelung des ZDF, 2020